So meine Lieben, wir müssen über Fandafull reden. Fandafull, die Aktie, die ich letztes Jahr angefangen habe, so ab dem Sommer mir ins Depot zu legen. Und wenn man mal den Kursverlauf anschaut, dann war das vom Standpunkt heute definitiv eine Fehlentscheidung, eine falsche Entscheidung. Ich möchte mit euch anschauen, was jetzt die letzten Tage passiert ist mit dem Aktienkurs und was ich einfach mit meiner Aktienposition weitermachen werde. Bevor wir tiefer eintauchen, der Hinweis auch unter diesem Video bitte kommentieren, damit ihr eine Chance habt, dreimal 500 Euro im Februar zu bekommen, die ich verlose. Wichtig, ihr braucht dazu ein Depot beim Finanz.net Zero Broker. Wer bisher noch keins hat, am besten jetzt gleich den ersten Link unter dem Video folgen. Ein Depot eröffnen von zu Hause aus, komplett von zu Hause und dabei auch gleichzeitig nochmal 25 Euro plus eine Gratisaktie sichern. So, wir blicken mal auf den jüngsten Kursverlauf und wir sehen schon, ja, da sah schon die letzten Monate nicht so schön aus und jetzt gab es nochmal einen Gapdown nach unten und die Aktie hat nochmal 30% innerhalb von wenigen Tagen verloren. Was ist passiert? Nun, Fandafull ist rausgekommen mit einer Vorveröffentlichung der Quartalszahlen. Die eigentlichen Quartalszahlen kommen am 22. Februar raus und das ist immer noch ein wichtiges Datum, auch wenn man jetzt schon mit der Vorveröffentlichung hier rausgekommen ist. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, wieso das wichtig ist, denn wir sehen hier schon mal, ja, es gibt einige wichtige Informationen, aber die wichtigste Information fehlt sozusagen hier ein bisschen in diesen vorveröffentlichen Zahlen und diese wichtigste Information ist der Cashflow. Was wir grundsätzlich sehen können in dieser Vorveröffentlichung, die hat mich jetzt so grundsätzlich nicht überrascht, ist, dass Fandafull jetzt viele Abschreibungen vornimmt, vor allem auf den Goodwill. Wer meine Videos verfolgt hat, der wird wissen, dass ich den Goodwill hier von Fandafull grundsätzlich nicht angesetzt habe, weil mir das Ganze schon bewusst war und ich in meinem Investment Case auch berücksichtigt habe, dass viele Investitionen und viele Studioübernahmen, die man getroffen hat bis ins Jahr 2022, dass da oftmals kein wirklicher Wert mehr dahinter steckt zu der aktuellen Marktsituation und deswegen schon deutlich Impairments, also Abschreibungen auf den Goodwill erfolgen müssten. Das war schon von mir berücksichtigt und ich habe trotzdem die Aktie gekauft. Die Frage ist jetzt, okay, wieso stürzt der Aktienkurs dann trotz dieser Information, die meiner Ansicht nach schon im Aktienkurs eingepreist war, trotzdem nochmal ein. Nun, das hat mit einer anderen Thematik zu tun, die hat jetzt weniger hier mit dem Impairments zu tun, die jetzt auch für einen Nettoverlust gesorgt haben. Viel wichtiger für Fandafull ist nicht das Balance Sheet, also nicht die Bilanz, wo man jetzt irgendwelches Goodwill oder irgendwelche Werte reinschreibt, die so aber tatsächlich vielleicht unterm Strich nicht mehr da sind, sondern viel wichtiger für Fandafull ist der Cashflow. So, jetzt gab es diesen Cashflow hier nicht wirklich, aber was wir sagen könnten von den sonstigen Informationen, die wir bekommen haben, ist, dass hier die Erwartungen schon ein bisschen auch verfehlt wurden vom Umsatz her. So, und wenn der Umsatz ein bisschen schlechter ist und gleichzeitig das ein oder andere relativ profitable Segment nicht ganz so stark abgeliefert hat, dann können wir daraus ableiten, dass der Cashflow schon etwas schwächer ist, als man auch vom Markt und als ich selber auch erwartet habe. Was wir aber auch gleichzeitig hinzufügen müssen, ist, dass Fandafull hier auch bereits Maßnahmen eingeleitet hat. Man hat jetzt hier eine größere Kostenreduktionsmaßnahme eingeleitet, kürzt etwa 20% des Personals, vor allem in dem Gaming-Bereich, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, um dann am Ende etwa, ja ich sag mal so um die 100 Millionen schwedische Kronen pro Jahr einsparen zu können. Das ist auch wichtig, denn wenn wir gleich nochmal auf den Balance Sheet, also auf die Bilanz eingehen, dann ist Fandafull schon etwas überschuldet. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich mir selber an die Nase fassen muss, ja. Das ist etwas, was ich in der Regel deutlich in meinen Investment Cases berücksichtige. Das heißt, wenn man mal hier einfach auf meine größten Positionen oder allgemein mal auf die Aktien eingeht, die ich im Depot habe, ja, und da mal das Balance Sheet so ein bisschen anschaut, dann wird man feststellen, ich habe mich immer darauf fokussiert, Aktien ins Depot zu legen, die eine sehr starke Cash-Position haben, die schuldenfrei unterm Strich sind, beziehungsweise wenn sie Schulden haben, dass deren Cash-Anteil, also kurzfristige Vermögenswerte auch diese Verschuldung deutlich übersteigen. Das trifft hier auf alle Aktien im Endeffekt zu. Alle haben eine schöne Cash-Position oder generieren positiven Cashflow. Das war bei der Fandafull-Aktie ein bisschen anders. Da habe ich mich jetzt tatsächlich eher von diesem sehr schönen Cashflow blenden lassen, der meiner Ansicht nach immer noch intrinsisch fest in diesem Unternehmen drinsteht. Aber ich habe nicht wirklich berücksichtigt, also zumindest nicht gravierend berücksichtigt, nicht in vollem Maße berücksichtigt, wie schlecht es eigentlich in der Bilanz aussah. Und auch wenn mir diese Ereignisse hier jetzt mich nicht überraschen, sondern ich, wie gesagt, schon bereits in meinem Investment Case berücksichtigt habe, ich habe berücksichtigt, ihr könnt gerne auch meine Videos dazu mal von Anfang an anschauen, dass ich hier eben darauf eingegangen bin und habe gesagt, hey, wir haben jetzt hier eine Situation, die trotzdem darauf schließen lässt, dass wenn wir mal den Cashflow uns operativ anschauen und dem gegenüberstellen, okay, was fließt aus dem Unternehmen ab, dann stellen wir ja fest, dass der Cashflow reinkommt, vor allem auch durch den Distributionsarm, also hier vor allem von Berg Saller, das können wir uns gleich auch nochmal anschauen. Und dieser Cashflow reinvestiert wird durch Studioübernahmen, vor allem das Gaming-Segment. Das Ziel war es, durch diesen Cashflow, der generiert wird aus dem Distributionsarm, das Ganze zu investieren und dann diesen Umsatz im Gaming-Segment zum Wachsen zu bringen. Das ist die letzten Quartale hier auch erfolgt. Wir sehen hier schon grundsätzlich, die Trendlinie steigt. Das heißt, das Cash, was man aus dem Distributionsarm, was man reinvestiert dann in Gaming-Titel, der Umsatz hier scheint schon deutlich zu steigen. Und das ist auch schön, trotzdem ist hier, da steht das Ganze hier noch in keinem wirklichen guten Verhältnis zueinander, denn man investiert immer noch deutlich mehr, als man einen Umsatz auf der anderen Seite übers Gaming wieder reinbekommt. Zwar etwa viermal mehr, das heißt, man investiert 400 Millionen schwedische Kronen, bekommt jetzt aber im Moment immer noch nur maximal hier irgendwie 125 eher Richtung 100 Millionen schwedischen Kronen zurück als Umsatz. Das ist für den Cashflow natürlich nicht gut, denn man muss immer noch viel mehr investieren in das Gaming-Segment, als man selbst durch das Gaming-Segment als Umsatz wieder zurückbekommt. So, das war für mich und meiner Ansicht nach erstmal kein Problem, weil ich ja gesehen habe, dass hier das Distributionsarm immer noch sehr stark und relativ viel an Cashflow generiert. Wir können euch hier mal ein anderes Bild zeigen. Das hier ist der Umsatz von Berg Sala, also von Nintendo, dieser Cash-Kau von Thunderfull. Wir sehen hier zwar, ja, es gab ein gigantisch gutes Jahr hier von Berg Sala, nämlich im Jahr 2020 und seitdem geht der Umsatz ein bisschen zurück, aber das Bild trügt hier auch ein bisschen, denn der Umsatz, also man sieht hier, okay, von Jahr zu Jahr wird das Peak geringer. Das betrifft vor allem das Weihnachtsgeschäft. Wir sehen aber gleichzeitig, dass hier unterjährig der Umsatz von Berg Sala durchaus stabil ist. Das sehen wir zum Beispiel auch im Jahr 2023, dass der Umsatz im Jahr 2023 insgesamt größer war, als im Jahr 2022 oder 2021. Also das Weihnachtsgeschäft geht zwar zurück, aber unterjährig ist man trotzdem immer noch recht stabil vom Geschäft her. Was darauf schließen lässt, meiner Ansicht nach, dass die Nintendo Switch so langsam aber sicher in Rente geschickt werden muss, weil die vor allem hier wirklich über das Weihnachtsgeschäft sehr abhängig ist oder das Weihnachtsgeschäft abhängig ist, vor allem durch den Konsolen verkauft. Und hier bahnt sich eben an, dass die Nintendo Switch 2 dieses Jahr noch präsentiert wird und eben auf den Markt kommen sollte. Das sollte dann auch dafür sorgen, dass wir, wenn wir mal auf ein anderes Bild zurückgehen, das hier ist auch ein schönes Bild, was das Unternehmen hier geliefert hat, nämlich die Entwicklung des Umsatzes von Berg Sala und zwar wirklich in einer sehr, sehr langen Zeitreihe. Wir sehen hier, dass es, wenn es entsprechend neue Konsolen gibt, dass dann in der Regel auch der Umsatz ansteigt, außer es sind so Flops wie die Wii U damals von Nintendo, dann sieht es nicht so schön aus. Aber auch hier das Bild nochmal hier rüber. Der Umsatz von Berg Sala ist heute in etwa auf dem Niveau, als die sehr erfolgreiche Wii damals im Jahr 2006, 2007, also 2007 auf den Markt gekommen ist. Und wir befinden uns heute in etwa auf diesem Niveau. Das Jahr 2020 war nochmal ein Rekordjahr. Wir sehen aber schon, obwohl die Switch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, hält sich der Umsatz von Berg Sala immer noch auf sehr, sehr hohem Level in der historischen Betrachtung. Und wenn die Switch 2 auf den Markt kommt, meine Prognose, meine Analyse zufolge, werden wir neue Rekordzahlen sehen. Und wenn wir neue Rekordzahlen sehen, die Switch 2 und auch die Games davon werden etwas höherpreisiger sein. Das heißt, auch hier wird unterm Strich, auch wenn das ein relativ niedrig marschiges Geschäft ist, als Distributo für Fandafull, wird eben mehr Cash unterm Strich hängen bleiben und wieder diese Cash-Cow nochmal sogar ein bisschen weiter wachsen. Also das Kernelement von Fandafull ist weiterhin da. Es bereitet einem trotzdem aber ein bisschen Sorge, dass eben diese Cash-Cow auch auf anderen Stellen, man hat ja nicht nur hier Berg Sala, sondern zum Beispiel auch Ammo Toys oder Nordic Game Supplies, also man verkauft auch durch einen anderen Distributionsarm Computermäuse, Stühle und alles Mögliche im Gaming-Umfeld. Und dieser Distributionsarm, der war jetzt im letzten Quartal sehr, sehr schwach. Man muss auch da sagen, viele Gamer haben sich eingedeckt im Jahr 2020 und die brauchen jetzt erstmal die nächsten Jahre nicht. Deswegen sieht es so ein bisschen auch, ich sag mal, grundsätzlich etwas schlechter aus, weil eben dieser sehr stabile Cash-Cow aus dem Distributionsgeschäft ein bisschen enttäuscht, ein bisschen weniger Cash generiert und man aber in der Vergangenheit ja schon viel mehr investiert hat in Gaming-Projekte, in Studio-Übernahmen, als man überhaupt über diesen Distributionsarm reinbekommen hat. Wenn jetzt dieser Distributionsarm auch nochmal ein bisschen Cash-Cow-mäßig ein Stück zurückgeht, nun, dann muss das Unternehmen einfach irgendwo Einsparungen treffen. In den letzten Jahren war es so, das Geld war günstig, sehr billig und man hat sich eben auch verschuldet mit diesem sehr günstigen Geld. Man hat also seine Cash-Position, die man vor ein paar Jahren nochmal hatte, abgebaut, hat das investiert in Studios, hat sich zusätzlich nochmal verschuldet und hat eben seine Bilanz, die hat man eben zur Überschuldung gebracht und das ist jetzt eben ein wichtiger Kritikpunkt an dem Unternehmen, vor allem, ich sag mal, an das letzte Management. Das betrifft jetzt nicht mehr hier den neuen CFO, der gerade mal vor ein paar Wochen eingestiegen ist oder den neuen CEO, der jetzt ein paar Monate dabei ist. Die treffen hier schon durchaus die richtigen Entscheidungen, dass sie jetzt hergehen und sagen, hey, wir haben zu viel investiert, wir sehen, wir sind überschuldet und es wird zu lange eben nicht gut gehen. Deswegen müssen wir jetzt hier wirklich massiv in die Kosteneinsparungen reingehen. Und meiner Ansicht nach ist das sogar noch ein Programm, das relativ, ich sag mal, konservativ ist, wenn ich mir mal die Entwicklung der Personalkosten anschaue, vor allem im Gaming-Bereich, dann muss ich durchaus sagen, da geht noch mehr. Also wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, Einsparung von 100 Millionen schwedischen Kronen, das dürfte ja vielleicht immer noch nicht reichen, um hier entsprechend den Cashflow wieder positiv zu gestalten, kann man auch hier sagen, dass das Unternehmen durchaus noch weiteres Potenzial hat, um hier weitere Kostenkürzungen vorzunehmen. Der Personalbereich oder die Personalausgaben haben sich innerhalb von wenigen Jahren verdreifacht. Das heißt, wir sehen auch hier massiver negativer Cashflow, der vor allem resultiert aus dem Gaming-Bereich. Und man kann theoretisch immer noch, wenn ich auf das Papier schaue und sage, hey, wenn ich Gaming komplett zusammenkürze, nur noch auf die wichtigsten Elemente, auf die erfolgsversprechendsten Projekte, dann komme ich eigentlich immer noch auf ein sehr positives Bild für das Unternehmen. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, irgendwie jetzt was zu sagen, wenn der Aktienkurs um 30 Prozent fällt. Aber meiner Ansicht nach steckt in dem Unternehmen immer noch so ein Wert, der grundsätzlich auch durch den Cashflow definiert wird, dass es für mich im Moment keinen Grund gibt, das Unternehmen jetzt zu verkaufen. Aber es bestehen Risiken und diese Risiken will ich jetzt auch nicht verschweigen. Die Risiken bestehen darin, dass man eben, dass der Cashflow eben sich reduziert und man gleichzeitig nicht früh genug eben entsprechend die negativen Cashflow-Bereiche bereinigt, sodass man dann am Endeffekt theoretisch auch insolvent gehen könnte. Das ist durchaus eine Option, das ist bei vielen Unternehmen immer eine Möglichkeit. Und hier bei Thundervoll eben ganz speziell, weil eben man überschuldet ist. Man sieht aber auch in Schweden beispielsweise, dass die Inflationsrate zurückgeht und hier eigentlich komplett schon tot ist in den nächsten Monaten. Und das wird auch die Zentralbank in Schweden dazu veranleiten, auch dort die Zinsen runterzufahren. Bedeutet dann auch für Thundervoll hier eher Rückenwind, wenn man eben überschuldet ist und gleichzeitig das Zinsniveau sinkt, muss man weniger Trinskosten tragen, ist positiv für den Cashflow und also grundsätzlich auch positiv für das Unternehmen. Man muss hier aber auch jetzt mal grundsätzlich sagen, dass es kurzfristig auch aufgrund der letzten Entwicklung des letzten Quartals nicht ganz so schön ausschaut für Thundervoll. Kurzfristig sieht das schon etwas kritisch aus. Und kurzfristig ist das Unternehmen so ein bisschen ein Roadkill. Roadkill heißt, das Unternehmen wird kein Mensch fast das Ding mehr irgendwie mit der Kneifzange an. Es ist auch risikoreich, wenn man grundsätzlich mal die Zahlen anschaut und dann sagt, okay, da ist nicht mehr viel Monate übrig an Zeit, damit eben das Bild wieder gedreht wird, damit man auch wieder einen positiven Cashflow zeigen kann, der wichtig ist, um eben diese Verschuldung zu tragen. Auf der anderen Seite gibt es aber mittel- bis langfristig meiner Ansicht nach immer noch sehr, sehr positiven Rückenwind, der eintreten dürfte. Das hat zum einen mit Switch 2 zu tun, die meiner Ansicht nach ein Erfolg sein dürfte, den ich auch jetzt schon aufgrund meiner Analyse abschätzen kann und sagen kann, da gibt es sehr viele Personen, die auf die Switch 2 warten und jetzt entsprechend vielleicht auch dadurch der Umsatzrückgang im Dezember erfolgt ist gegenüber dem Vorjahr, weil eben jetzt diese Switch nicht mehr so dieser Verkaufsschlager ist, weil sie schon einige Jahre auf dem Buckel hat und man hier durchaus jetzt eine neue Konsole auf den Markt bringen muss. Wenn die Konsole auf den Markt kommt, wird es aber definitiv wieder für steigenden Umsatz hier sorgen, der vermutlich auch wieder zu einem neuen Rekordumsatz für Bergshaller führen wird. Höhere Preise, höhere Preise auch für Games, die man so ein bisschen munkelt, etwa 70 Euro dann kosten, wird auch hier wieder ein bisschen stärker dazu führen, dass unterm Strich vielleicht bei gleichzeitiger Take Rate unterm Strich trotzdem der Cashflow insgesamt ansteigt. Und wenn der Cashflow ansteigt, wird man dann auch eben die Schulden, die man hat, bedienen können. Meiner Ansicht nach. Man wird aber vorher definitiv einige weitere Studios schließen müssen. Man wird auch das Programm, das Kosteneinsparungsprogramm durchaus erweitern müssen und diese Ankündigung von diesem Kosteneinsparungsprogramm, das war übrigens dieser Anstieg hier an diesem Tag, der wird schon vom Markt durchaus positiv wahrgenommen. Meiner Ansicht nach wird man das Programm noch ein bisschen weiter ausweiten müssen und unterm Strich wird dann ein Kernunternehmen bleiben, das durchaus einen positiven Cashflow generieren kann und auch Game-Projekte hat, die dann auch wieder ein bisschen, ja ich sag mal, wieder ein bisschen Wachstum mit reinbringen können. Das heißt, wir können immer noch trotz Kosteneinsparungsprogramme im Umsatz für das Gaming-Bereich zumindest gegenüber den Vorjahren wachsen, aber in Summe werden wir hier wahrscheinlich so irgendwo um die 100 Millionen schwedischen Kronen und stabilisieren, meiner Ansicht nach. Das heißt, wenn wir hier mal auf die Projekte eingehen, die jetzt als nächstes anstehen, da wird es einige Projekte geben, die jetzt hier irgendwo zusammengestrichen werden vielleicht, aber es gibt durchaus einige Projekte, die meiner Ansicht nach sehr volksversprechend sind, zum Beispiel hier Replaced, das dürfte durchaus zu einem Verkaufsschlager werden von Thunderful, hier aus dem Bereich von externen Projektentwicklern, die dann praktisch für das Game hier ein Projekt entwickeln. Das heißt, Replaced, meiner Ansicht nach einer der wichtigsten Titel für dieses Jahr, aber wir werden hier auch Titel sehen, wie zum Beispiel SteamWorld IP Games, auch die sind immer wichtig für Thunderful. Die großen Kürzungen wird es meiner Ansicht nach hier vor allem in diesem Segment, also im Publishing-Segment, hier in diesem großen Block geben. Das ist aber auch okay, denn es gab auch hier einige Titel, die vielleicht gut bewertet waren, aber insgesamt vom Verkaufsschlager-Hit her von Ranking eher weiter unten angesetzt werden mussten. Die Fokussierung ist also wichtig, zurück auf die internen Studios, und selbst da wird man nicht jedes behalten können. Man wird also im Endeffekt nur die Creme à la Creme behalten, meiner Ansicht nach. Den Rest wird man schließen müssen. Man wird auch sein Kosteneinsparungsprogramm ausweiten müssen. Und das wird vor allem das Balance-Sheet treffen. Das heißt, man wird wieder auch in den folgenden Monaten mehr Impairments durchführen. Aus der Bilanz werden einige Vermögenswerte rausgestrichen werden. Das ist aber komplett egal, also meiner Ansicht nach. Das ist auch überhaupt nicht in meinem Investment-Case jetzt drin, dass hier irgendwelche Vermögenswerte jetzt wirklich noch relevant sind. Relevant ist nur der Cashflow meiner Ansicht nach. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn man hier mal auf Thunderfull von der Bewertung her geht, der Price-to-Book-Ratio, das ist gar nichts mehr. Also man sieht schon, der Markt hat hier auch so gut wie alles aus dem Book, also praktisch aus den Vermögenswerten her ausgepreist. Es ist tatsächlich nur noch wichtig, was mit dem Cashflow passiert für das Unternehmen. Und wie ich hier auch schon mal als Kommentar geschrieben habe auf eine Anfrage aus meiner Community. Ich sehe immer noch, kurzfristig ist das Ganze nicht schön. Langfristig, mittel- bis langfristig sehe ich aber einige positive Signale. Wichtig wird jetzt auch sein, dass die Verlängerung der Partnerschaft mit Nintendo vielleicht die nächsten Tage, definitiv hoffentlich auch die nächsten Wochen bestätigt wird. Passiert das nicht, dann werde ich die Aktie wahrscheinlich mit 90% Verlust verkaufen müssen. Denn das ist eines der wichtigsten Bereiche, dass die Verlängerung der Partnerschaft mit Nintendo jetzt die nächsten Tage kommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dann so eine kleine Erleichterungsrallye reinkommt. Im März, April, vielleicht aber auch erst im Sommer, wird dann die Switch 2 angekündigt werden. Auch das wird ein positives Signal für Thunderfull sein. Und es wird dann eben auch einige hier Games aus der Pipeline werden dann kommen, die jetzt eben relativ viel Investitionen benötigt haben, die auch dadurch relativ erfolgsversprechend sind. Aber wie ich auch hier reingeschrieben habe, kurzfristig, schwierig, langfristig sehr mittel- bis langfristig sehr positive Signale. Man muss es aber bis dahin eben schaffen. Und damit man es eben bis dahin schafft, muss der Cashflow stimmen. Deswegen, ich schaue vor allem auf Q4, also in den nächsten Tagen auf den Cashflow. Und ich schaue auch auf die Verlängerung der Partnerschaft mit Nintendo. Wenn das die nächsten Tage reinkommt, das heißt die Meldung jetzt am 22., dass der Cashflow vielleicht doch ein bisschen positiver war, als ich ihn mir vorgestellt habe oder grundsätzlich auf diesem Niveau bleibt. Hier mal als Übersicht. Ja, ich erwarte den irgendwo hier als operativer Cashflow auf diesem Level. Das ist im Übrigen vor Working Capital Änderungen. Also hier tatsächlich der bereinigte, saisonal bereinigte Cashflow. Wenn der hier etwa auf dem Level reinkommt, dann ist das für mich noch in Ordnung. Wenn er besser ist, umso besser. Und wenn dann gleichzeitig die Meldung reinkommt, dass jetzt Nintendo und Thunderfull ihre Partnerschaft wieder um zwei Jahre verlängern, dann würde ich die Aktie definitiv nochmal nachkaufen. Für mich sind aber diese zwei Ereignisse jetzt wichtig. Verlängerung der Partnerschaft mit Nintendo und eben ein Cashflow, der sich stabilisiert. Der darf jetzt nicht irgendwie in Grund und Boden krachen. Vor allem, weil man noch einige Monate überbrücken muss, bis anfangen, diese positiven Signale reinzukommen. Dieser positiver Rückenwind. Und was ist dieser positiver Rückenwind? Nochmal Reduktion des Zinsniveaus auch in Schweden. Dadurch sinken dann auch die Zinskosten für das etwas überschuldete Unternehmen. Zweitens die Switch 2 kommt. Dann releasen die Games, die man jetzt in der Pipeline noch hat. Und gleichzeitig tragen dann die Kostenkürzungen, die Kostenmaßnahmen, tragen dann einen Effekt. Und man wird dann irgendwann in der zweiten Jahreshälfte, tatsächlich aber wahrscheinlich eher so ein bisschen relativ spät im Q4, die ersten Maßnahmen sehen, die dann eben dafür sorgen, dass das Unternehmen diesen Turnaround dann tatsächlich schafft. Bis dahin muss man aber eben trotzdem aus dem Distributionsarm einen positiven Cashflow zeigen. Und das sind auch die Bereiche, auf die ich eben ganz genau schaue. Die Aktie habe ich weiterhin im Depot. Die ist für mich immer noch ein Roadkill. Also mega günstig, keiner fasst es an. Aber da, wo eben keiner etwas anfasst und nichts haben will, da sehen wir zum Beispiel auch hier bei dem einen Analyst, der immer noch an Bord ist, dann kann es relativ schnell gehen, dass die Aktie sich vervierfacht oder verfünffacht. Wie gesagt, das Risiko ist aber dennoch hoch. Also verkauft nicht euer Haus und Hof und steckt alles in diese Aktie. Chance ist hoch, Risiko ist hoch, beides relativ hoch. Ich bleibe aber erstmal weiterhin mit an Bord. Nachkauf wird aber erst getätigt, wenn eben diese zwei wichtigen Punkte eintreten. So, und wenn ihr jetzt eben ein bisschen mehr Cash braucht, denkt dran, kommentieren. Und wer bisher noch nicht hat, Depot eröffnen für 25 Euro plus eine Gratisaktie. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein GD. Ciao. Dein GD. Vielen Dank.